Möchten Sie, dass Ihr altes Foto spricht, blinzelt und sogar mit einer Stimme scherzt? Darwin-Vader, ich habe die besten neuronalen Netze zusammengestellt, die Fotos besser beleben als jeder Zauberstab. Hallo Freunde! Mit Ihnen ist Pancake, Ihr Führer in die Welt der magischen Verwandlungen und Metamorphosen. Los geht's! Mein Müh-Heritage Deep Nostalgia Belebe Familienerinnerungen Heute habe ich Großvater Darwin erzählt, wohin uns die Evolution geführt hat und Sie hätten seine riesigen Augen sehen sollen. Also, ich präsentiere Ihnen den ersten Star dieser grandiosen Show, MyHeritage, genauer gesagt eines Ihrer Werkzeuge, Life Memory. Es ist nicht nur ein Dienst zur Erstellung von Animationen aus Bildern, sondern eine echte emotionale Zeitmaschine. Was kann dieses Werkzeug? Pfannkuchen? Fragen Sie mich. Und was ermöglicht es, statische Fotos in kurze Videoclips zu verwandeln? Es lässt sie sich bewegen, einander umarmen, ihnen Luftküsse senden, sowie lachen und singen. Oder sich wundern wie mein Freund Charles. Können Sie mit den Fingern mitzählen? Und was gefällt mir an diesem nostalgisch gestimmten Dienst besonders? Er belebt nicht nur die Charaktere, sondern auch den Hintergrund des Bildes. Und es sieht so cool aus, dass man Gänsehaut bekommt. Verfügbare Effekte. Schwerelosigkeit, Unterwasserwelt, Dinosaurier und sogar eine Szene mit Regen. In wenigen Sekunden verwandelt sich das Foto in einen Minifilm. Was denken Sie, wer in meiner Animation hinter Darwin herging? Richtig, Tyrant Saver. Aber keine Sorge, alles ging gut aus. Benutzer können zwischen der automatischen Animation der Szene oder einer der zehn verfügbaren benutzerdefinierten Animationen wählen. Übrigens, die Animationstechnologie Leads in Deep Nostalgia wurde vom israelischen Startup DID entwickelt. Dieses neuronale Netzwerk entwickelt sich sehr aktiv weiter. Derzeit hat es seine eigene Plattform. Sie erstellen großartige Produkte und erkennbare IP-Projekte. Und in diesem Video werden wir definitiv zu Ihnen zurückkehren. Aber vorerst klären wir, wie man mit Mühiritas arbeitet. Jetzt bitte ich alle Anfänger, sich zu konzentrieren. Ich gebe klare Anweisungen, wie man sich von einem bescheidenen Benutzer in einen echten Spezialeffektmeister verwandelt. Schritt 1. Nehmen Sie ein Telefon, Tablet oder einen Computer. Gehen Sie in den App Store oder Google Play. Suchen Sie MyHeritage und klicken Sie auf Installieren. Warten, Tee trinken. Die App wird installiert. Starten und registrieren. Hier kann man sich einen edlen Nachnamen ausdenken wie von Genealogien. Aber es ist besser, echte Daten einzugeben. Schritt 2. Nach dem Einloggen gelangen wir in den gemütlichen Stammbaum der Familie. Vielleicht ist es noch leer. Klicken Sie auf den Reiter Foto oder Familienerinnerungen. Laden Sie ein Foto von Ihrem Urgroßvater oder von sich selbst in der ersten Klasse hoch. Und genau hier erscheint der magische Knopf. Animieren. Das ist die Magie von Deep Nostalgia Live Memory. Klicken Sie darauf und nach ein paar Sekunden schaut Sie ein lächelnder Vorfahrer an. Er blinzelt und scheint gleich etwas zu sagen. Ach, Enkelchen, zu unserer Zeit war das WLAN. Langsamer. Wenn Sie dringend Ihr Meisterwerk jemandem zeigen möchten, dann klicken Sie auf Teilen und senden Sie die Animation an Verwandte. Nur, Sie tun dies. Seien Sie vorsichtig mit der Oma. Man weiß nie, wie sie reagiert, wenn der Opa plötzlich aus dem Jenseits zwinkert. Gibt es etwas kostenlos? Ja. Bei der Registrierung erhalten Sie einige kostenlose Animationen, um es auszuprobieren und Wow zu sagen. Danach könnte ein Abonnement erforderlich sein. Kapitalismus, da kann man nichts machen. Aber ein paar Fotos kann man kostenlos zum Leben erwecken. Einige schlaue Füchse erstellen mehrere Konten. Aber ich habe Ihnen nichts dergleichen gesagt. Im Ernst, die Möglichkeit zu haben, seine Erinnerungen im wahrsten Sinne des Wortes zum Leben zu erwecken, ist wirklich cool. Aber neuronale Netze sind zu noch mehr fähig. Gehen wir weiter. Tat, lassen wir das Foto sprechen. Unser nächster Held ist DED, der AI Video Generator. Das ist schon das Niveau von Black Mirror. Wir laden ein Foto hoch, schreiben einen Text und die Person auf dem Bild spricht. Mit Mimik, Emotionen, Augen. Man kann seine eigene Stimme hinzufügen oder eine beliebige auswählen, die einem gefällt. Übrigens, heute habe ich beschlossen, mich wie Pygmalion zu fühlen. Hätten Sie gehört, wie die wunderschöne Galatea mir ihre Liebe gestand. Und das auch noch in reinem Griechisch. Ja, ja, wundern Sie sich nicht, der Dienst unterstützt über 120 Sprachen. Man kann sogar eine Katze auf Japanisch sprechen lassen. Eine sehr nützliche Sache, sage ich Ihnen. Man kann einen Avatar aus seinem Foto erstellen und er wird eine Präsentation nicht schlechter als Sie selbst halten und das mit Ihrer eigenen Stimme. Und sich außerdem in Heinrich Dispen verwandeln und zum Beispiel Videolektionen in Geschichte unterrichten. Ich hätte nichts dagegen, aus erster Hand zu erfahren, was im frühen 16. Jahrhundert in England geschah. Wie wäre es mit Biologieunterricht von Charles Darwin? Irgendwie habe ich schon lange nicht mehr an ihn gedacht. Und natürlich ist dieses neuronale Netzwerk perfekt für die Erstellung unserer Lieblingsmemes geeignet. Zumal es die Möglichkeit gibt, nicht nur die Sprache, sondern sogar den Akzent zu wählen. Ich habe das Gefühl, dass in Ihrem Kopf bereits viele Ideen gereift sind, wie man solche Funktionen nutzen kann. Also halten Sie sich nicht zurück. Schauen Sie das Video bis zum Ende, laden Sie DIT herunter und testen Sie das Netzwerk im kostenlosen Modus. Aber ich rate Ihnen nicht, jetzt sofort mit dem Ansehen meines Kanals aufzuhören, sonst verpassen Sie die interessantesten Dinge. Weiter. Wir werden lernen, aus Fotos 3D-Animationen zu erstellen, unser Gesicht in beliebte Memes einzufügen und vieles mehr. Völlig kostenlos. Das Interessanteste kommt also noch und inzwischen erzähle ich Ihnen mehr darüber, was in der kostenlosen Version von DIT enthalten ist und was nicht. Der kostenlose Tarif ist minimalistisch, aber spaßig. Ich erzähle Ihnen, was Sie in der kostenlosen Version von DIT im Jahr 2025 erhalten. Die kostenlose Testphase dauert 14 Tage. Pro Tag kann man nur 20 Sekunden Video erstellen. Nicht sehr viel, aber auch nicht zu wenig. Und denken Sie daran, die Credits verschwinden wie Süßigkeiten auf einer Party. Das heißt, Sie sammeln sich nicht an. Nicht genutzt, verfallen. Fotos können beliebig hochgeladen werden. Die Auswahl an Vorlagen ist sehr anständig, selbst trotz der Einschränkungen. Die Generierung von Videos aus Text funktioniert ebenfalls. Die Synchronisation von Lippen und Sprache ist auf höchstem Niveau. Man könnte fast einen Film drehen. Wenn Ihr Ziel einfach nur Spaß haben, eine Freundin mit der Stimme von Shrek gratulieren oder ein Meme erstellen ist, dann reicht die kostenlose Version völlig aus. Aber wenn Sie der Gott von TikTok oder ein Blogger mit Ambitionen sind, werden Sie sich letztendlich sicher verführen lassen. Über die Pro-Version, mit der kostenpflichtigen Version haben Sie ein ganzes Set magischer Werkzeuge in der Hand. Sie können Ihre eigene Stimme hochladen, die Stimmung wählen, Emotionen anpassen, den Hintergrund ändern und sogar festlegen, in welchem Ton alles vertont wird. Möchten Sie, dass Ihr sprechendes Porträt wütend ist? Oder im Gegenteil, wie ein erleuchteter Guru aus Tibet klingt? Alles ist möglich. Die Videoqualität ist fast wie im Fernsehen. Full HD. Kein Wasserzeichen, keine Aufschriften, wie im Testmodus erstellt. Alles sieht ordentlich, schön und hochwertig aus. Ein Video, das man ohne Bedenken auf TikTok hochladen, in eine Präsentation einfügen oder dem Chef zeigen kann. Oder der Mutter. Vor allem der Mutter. Sogar der grundlegendste Tarif. Und das für weniger als 5 Dollar im Monat, ermöglicht es, Videos zu erstellen, die den Zuschauern ein leichtes Gefühl von Magie vermitteln. Ich erinnere mich, ich habe versprochen zu erzählen, wie man einfach und unkompliziert und vor allem kostenlos ein cooles Meme mit sich selbst in der Hauptrolle erstellen kann. Versprochen? Ich mache es. Neugestalten. Wenn du das Gesicht der Memes bist. Und da ist er. Der König des Spaßes und viralen Inhalts. Seine Majestät Reface. Alles ist maximal einfach. Du nimmst dein Gesicht und fügst es in ein Meme, einen Clip oder sogar in eine Szene aus Fluch der Karibik ein. Fertig? Du hast ein Video, in dem du die Hauptrolle spielst. Interessant, ob unser Freund Johnny Depp sich vorstellen kann, wie oft solche Spaßvögel wie wir seien. Hm. Erscheinungsbild? Aber Spaß beiseite. Reface beherrscht wirklich Magie. Du lädst einfach dein Foto hoch und die App, wie ein gehorsamer Djinn, versetzt dich in einen fremden Körper. Und nicht wie in Photoshop, wo man alles manuell ziehen, anpassen und basteln muss. Hier läuft alles automatisch. Ein Klick und schon lachst du unheimlich mit der Stimme von Heath Ledger oder wirfst mit dem kleinen Finger ein Glas im Stil von Peter dem Großen. Ja, die Fantasie der Nutzer ruht sich auch nicht aus. Sogar in der kostenlosen Version kann man sich ausgiebig austoben. Die App bietet eine Auswahl an Szenen, Clips und Memes. Und sie ermöglicht es, sich zum Beispiel als Beyoncé in einem glitzernden Overall zu verkleiden. Ja, das Ergebnis wird mit einem Wasserzeichen gespeichert, aber glauben Sie mir, selbst damit sieht das Video lebendig aus. Perfekt für Stories, um für fünf Sekunden jemand anderes zu sein. Oder im Gegenteil, ganz man selbst. Nur in einem parallelen Universum. Nuancen und kleine Tricks Es gibt allerdings ein paar Nuancen. Das Foto sollte klar, frontal, ohne Filter, Schatten und mysteriöse Halbschatten von einer Kapuze sein. Und es ist besser, nicht mit einem breiten Lächeln zu übertreiben. Zähne im Bild verwandeln einen manchmal in eine leicht alternative Version von sich selbst. Aber wenn das Video seltsam geworden ist, betrachten Sie es als einen künstlerischen Stil. Ein wenig Surrealismus hat noch niemandem geschadet. Natürlich zeigt die App Werbung und deutet von Zeit zu Zeit auf ein kostenpflichtiges Abonnement hin, aber für einen entspannten Flirt mit virtueller Berühmtheit und einer kostenlosen Portion Spaß ist das mehr als genug. Reface ist nicht nur zum Lachen und Vergessen, sondern auch eine Möglichkeit, eine Prise Kreativität dort hinzuzufügen, wo man sich normalerweise mit einem Smiley begnügt. Geburtstag eines Freundes? Anstelle einer banalen Glückwunschnachricht ein Video, in dem Sie als Gandalf feierlich verkünden You Shall Not traurig sein oder plötzlich im Duett mit Michael Jackson singen. Warum nicht? Einige machen daraus echte Minispektakel. Freitagliche Verwandlungen. Heute sind Sie Jon Snow, morgen Shakira und am Sonntag die traurige Katze, die Lasagne ist. Einfach, weil Sie es können. Weil es Spaß macht. Wenn Ihrem Tag die Leichtigkeit fehlt, wissen Sie, was zu tun ist. Die große Bühne wartet auf Sie. Kamera, Rahmen, Motor. Sprechende Köpfe. Diese sprechenden, lustigen, manchmal unheimlichen Köpfe. Mit Talking Heads ist es Magie aus der Box. Sie laden ein Foto hoch, wählen eine Emotion oder Bewegung. Und plötzlich erwacht die Person auf dem Foto zum Leben. Genauer gesagt, ihr Gesicht. Es lächelt ihnen zu, hebt spielerisch die Augenbrauen und lacht herzlich. Es schaut sie direkt mit lebendigen Augen an und lacht. Aber das Wichtigste ist, es spricht. Und all das macht es nicht irgendwie, sondern fließend, sorgfältig, ohne Nähte und unheimliche Glitches. Nun, fast immer. Selfie? Ja? Das Porträt der Großmutter? Ja, lass die arme Oma in Ruhe, aber eigentlich ja, man kann. Ein Gemälde aus dem Museum? Bitte, nur nicht laut sein. Die Sicherheitsleute könnten es nicht schätzen. Ein Gesicht auf einer Kartoffel? Nun, wer sind wir, um der Kunst im Weg zu stehen? Obwohl ich persönlich nicht für das Ergebnis garantieren würde. Die kostenlose Version ist ziemlich lebhaft, man kann animieren und sogar Videos aufnehmen. Allerdings mit einem Wasserzeichen. Der kostenpflichtige Export ist ohne Logo, in HD-Qualität und bietet etwas mehr Flexibilität. Das funktioniert. Alles über die Website oder in der App, die für iOS verfügbar ist. Auch auf Android, aber mit ein wenig Trickserei. Wie funktioniert das? Talking Heads verwendet generative Modelle, einschließlich Motion Transfer. Das Foto wird analysiert und dann wendet die KI Bewegungsmuster, Lächeln, Phrasen und Emotionen darauf an. Und wenn man Audio hochlädt, beginnt das Gesicht genau diesen Text zu sprechen. Man kann sogar ins Mikrofon sprechen und eine Animation in Echtzeit erhalten. Es sieht aus wie Magie, ist aber in Wirklichkeit einfach ein sehr intelligentes neuronales Netzwerk. Ich habe zum Beispiel einen ehrwürdigen Herren dazu gebracht, Rap zu lesen. Haben Sie an Darwin gedacht? Nein, mit dem Vater der Evolution. Das würde ich mich nicht trauen. Aber mit dem Direktor meiner ehemaligen Schule war es unerwartet. Hm, herzlich. Es war ein Katharsis. Nicht nachmachen. Scherz. Machen Sie es mit allen, bei denen Sie jemals wollten, aber nicht konnten. Schreien. Ein hervorragendes Antistressmittel. Sagen Sie nur niemandem, dass ich Ihnen das empfohlen habe. Wenn Sie nicht nur Bewegungen wollen, sondern etwas Cooleres mit Kopfdrehungen, leichter 3D-Plastik und dem Gefühl lebendiger Präsenz, dann in Pixel-Talking. Das ist ein separates Tool vom selben Team, nur, dass das Bild jetzt aus dem Rahmen zu tauchen scheint, Sie von Kopf bis Fuß mustert und leicht die Stirn runzelt, wenn Sie mir keinen Like gegeben haben. Scherz. Oder nicht? Möchten Sie also, dass das Bild spricht? Talking Heads in Ihre Hände. Gruselig? Vielleicht. Lustig? Absolut. Immersive? KI. Vollständiges Eintauchen. Und jetzt machen wir eine Pause von den gesprächigen Gesichtern und wenden uns etwas skulpturalerem zu. Begrüßen Sie Immersity AI. Ein neuronales Netzwerk, das das Bild nicht bewegt. Sein Zauber liegt woanders. Das neuronale Netzwerk nimmt Ihr flaches Bild. Und voila! Es verwandelt es in ein Volumen. An Pygmalion kommen wir noch nicht heran, Leute, aber unsere Galatea sogar im 3D. Volumen. Kann ich natürlich nicht umarmen, aber das macht Sie nicht weniger schön. Immersity wird Sie nicht bitten, in ein Mikrofon zu sprechen, Audio hochzuladen oder zehn Versuche zu machen, damit Sie nicht blinzeln. Alles ist einfacher. Sie gehen auf die Website, laden ein Foto hoch, drücken ein paar Tasten und nach ein paar Sekunden erhalten Sie ein kurzes Video, in dem sich Ihr Objekt sanft dreht. Mal von der einen, mal von der anderen Seite, als würde es für ein Modemagazin posieren. Es geschieht quasi durch die Bewegung der Kamera, der Hintergrund zieht sich in die Tiefe und die ganze Szene wirkt lebendig. Ein echter Wow-Effekt. Ohne Animation, aber mit dem Gefühl, als ob Sie in einen anderen Winkel der Realität eingetaucht sind. Die Benutzeroberfläche ist auf Englisch, aber keine Sorge, sie ist verständlicher als die meisten Mikrowellenanleitungen. Ich wiederhole, falls jemand es nicht gehört hat, es funktioniert direkt im Browser, keine Apps, keine Registrierungen. Mit Bestätigung, per Brieftaube. Man muss sich nicht einmal mit Blut unterschreiben oder ein Captcha lösen. In 16 Schritten können Sie sich das vorstellen. Immersive KI. Wo anwenden? Diese künstliche Intelligenz bietet keine Textgenerierung an. Immersity benötigt keine Anweisungen von uns. Sie weiß selbst, wie sie ein Bild im besten Licht präsentieren kann. Charles, denke ich, würde eine solche Evolution zu schätzen wissen. Sobald ich Ihnen über neuronale Netze erzählt habe, werde ich ihn persönlich fragen. Nun, was für eine erstaunliche Sache, die KI. Ich sage Ihnen, dass ich zu Darwin gehen und mit ihm sprechen werde und Sie halten mich nicht einmal für verrückt. Oder halten Sie mich doch dafür, aber ich habe mich etwas ablenken lassen. Kehren wir zu Immersity zurück. Das Ergebnis der Fotoumwandlung ist immer gleichmäßig, fließend und ohne Überraschungen. Eine großartige Option, wenn man schnell und eindrucksvoll ein Bild, zum Beispiel ein Produktbild, beleben möchte. Oder um einen Avatar etwas seriöser zu gestalten. Oder einfach, um Freunde im Chat zu beeindrucken, während Sie immer noch Sticker aus dem Jahr 2019 verwenden. Übrigens, das ist eines der wenigen neuronalen Netzwerke, das man bedenkenlos im Verkauf einsetzen kann. Angenommen, Sie haben einen Online-Shop. Anstatt eines langweiligen Fotokatalogs laden Sie die Produkte in Immersity hoch und erhalten nicht nur ein Bild, sondern ein volumetrisches, dynamisches Lookbook. Der Käufer schaut und will es sofort kaufen, weil er es nicht nur sieht, sondern auch fühlt. Das ist schon fast die Werbung der Zukunft. Und im Ernst, für visuelles Marketing funktioniert dieser Ansatz wie der Magnus-Effekt auf einen Tennisball. Schön, eindrucksvoll und schwer, den Blick abzuwenden. Immersity, AI, ist Form, Licht und ein wenig Magie. Ideal für Produkte, Gegenstände, Portfolios und vielleicht für Ihren inneren Pygmalion. So sind Sie, die neuronalen Netze von 2025. Was gestern noch wie Science-Fiction erschien, ist heute nur ein Knopfdruck auf dem Telefon. Wir haben Ihnen fünf neuronale Netze gezeigt, von dem fast magischen MyHeritage bis zum geschäftlichen und umfangreichen Immersity. Jedes von Ihnen ist auf seine Weise gut. Manche bringen Leben und Emotionen auf dem Foto der Urgroßmutter, andere erstellen das perfekte Meme oder schenken sogar ihrem Produkt etwas. Kinematografisches Volumen. Die Welt verändert sich. Und jetzt zeichnen Sie nicht nur, Sie erwecken zum Leben. Und wir beobachten, spielen und lernen, sie klug zu nutzen. Denn eines Tages könnte Ihr sprechender Avatar-Wasserkocher besser verkaufen als Sie. Oder Gedichte vortragen an Ihrer Stelle. Hauptsache, ohne Wasserzeichen. Hat Ihnen das Thema gefallen? Es gefällt mir sehr gut. Jetzt denke ich darüber nach, mich näher mit Kleopatra zu beschäftigen. Und wenn Sie noch mehr Magie wollen, geben Sie einen Like, abonnieren Sie, schreiben Sie in die Kommentare, welche der neuronalen Netze Sie bereits ausprobiert haben und wen Sie zum Leben erweckt haben. Und erzählen Sie unbedingt, welcher Service Sie am meisten beeindruckt hat. Das war Pancake. Wir sind kein neuronales Netz, aber wir bemühen uns, nicht schlechter zu klingen.